Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT mit einem aus dem Team Pizza, mit du natürlich Dalu-Kart und unserer geilen Sichtbetreffektion. Und Jonathan, der wieder zurück ist aus Island, wir freuen uns. Ja, Jay, wie war eigentlich Island? Ja, der zurück ist aus Island, weil es ist schon seit, keine Ahnung, sechs Tagen. Nein, gerade erst, ganz fresh. Ich hatte frisch, frisch zurück. Ich hab da ein Timelapse-Video gesehen, das war richtig sexuell. Nee, der fährt nicht wieder runter. Doch, doch, der fährt gleich wieder runter, keine Ahnung. Ja, war unspaß hartsexuell. Ja, wenn ich oben aussteige dann. Also, das wird dir auch, das wird dir auch Spaß machen. Du musst ja nicht aussteigen. Du bist auch so ein bisschen klein, ein bisschen Fotogra... Warum soll ich da drinnen bleiben? Oh nicht, du fährst nochmal eine Runde. Ja, aber nur wenn ich da bescheuerten Bullshit machen kann, das soll nicht tatsächlich hübsch aussehen, das soll nur Meme-Potenzial geben. Ja, aber du kannst ja auch Bullshit damit machen. Haben geshoppt gerade. Ja, das stimmt. Der händet da wirklich schön aus. Kuckuck! Kuckuck! Der hat die Darlow gesehen? Kuckuck! Du hast eine richtig geile Summerelle an. Da, gleichfalls. Meine, deine, äh... Da ist, boop! Hier, äh, der, 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 der... Der D-Train-Guy ist angemacht worden. Da ist... Ja, alle testen, alle testen, alle töten! Den kannst du schon wieder ausgemacht haben. Oh ja, Peter. Okay. Peter ist es nicht? Okay, du hast... Den habt ihr schon wieder ausgemacht. Den ist er schon wieder ausgemacht. Bleiben Sie stehen, junger Mann! Bleiben Sie stehen, junger Mann! Sie sind verhaftet. Na ja, Darlow redt schon wieder. Oh nein! Oh nein! Ich hab einen Backstein! Geben weg! Oh Gott! Geben weg! Jetzt hab ich jemanden... Ja, okay. Alles gut. Jetzt kriegst du den Stein, ey. Jetzt kriegst du den guten alten Stein. Der gute alte Stein, Peter. Okay, wie viele Leute sind während dieser Spaßsituation gerade gestorben? Bram, lebst du noch? Ich glaub keiner, oder? Jey ist bei mir! 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 Ja, hi! Ganz ruhig! Ich hab auch nicht... Alles ruhig! Alles gut! Ich glaub, es war Darlow, der Deadflanger benutzt hat und direkt wieder ausgemacht hat. Ja, aber das hätten wir doch... Ne, das hätten wir wahrscheinlich nicht gehört zur Region. Ich glaub, er hat ausgemacht... Also, ich truste gerade dir, Christian, deswegen bleib ich so mit den beiden. Ja, ich auch, Peter. Oh Gott. Mit der Schu... Sie beiden wart ihr zusammen, oder was? Hallo, ihr habt mich mit der Cromer gehabt. Ich bin ja wohl auch safe. Ja, aber du wirst bestimmt wieder ausgemacht. Hey, Jey, du warst noch ein wenig safe. Warum haut ihr mich dann, wenn ihr mir eh nicht geglaubt hättet? Das hätte keinen Unterschied gemacht. Außer, dass ich 20 Jahre nebenher... Du bist jetzt ein bisschen mehr safe als vorher. Das ist schon... Das ist irrelevant. Das kann über Leben und Tod entscheiden. Lebt Sepp eigentlich noch? Sepp, lebst du noch? Dennis ist jetzt wirklich kaputt? Ach komm, das kann ja gar nicht sein. Das glaube ich nicht. Der, der nicht bei uns drei war, war Jey. Der kommt nämlich jetzt erst... Der kommt nämlich jetzt erst angelaufen. Ich bin schon relativ lange... Ich glaube, die beiden... Also, ich glaube einfach, Bram und Sepp sind die Traitor. Ne, ich glaube, Bram und Sepp sind tot und Jey ist der Letzte. Der steht hier unter euch. Ja. Ich bin der Letzte. Der letzte Traitor. Achso, der kann gar nicht... Fick dich. Wieso kann das nicht? Ja, das kann theoretisch schon. Wenn die anderen... Alter! Du hast eine Disco hier auf dem Dach. Da war's ja... Nein! Die waren im Haus. Und du bist aus... Du hast sie sogar gesehen und angekündigt und bist dann aufs Dach geraten. Da! Wer ist hinter dem Turm? Hinter dem Turm ist jemand! Den knallen wir ab. Alles klar, den knallen wir ab. Den anderen ist übrigens Jey. Bullshit! Alter, der andere ist... Der andere ist Jey. Nein, bin ich nicht. Hehrlich nicht. Das warst du da, du, oder? Peter, nein! Peter macht keine Faxe! Toll, das hast du davon. Ja, weil du mich beschuldigst das schon wieder. Schon. Nein! Gute Idee! Ist der mit dem Dead Ringer? Ja! Oh, what the fuck! Boah! Alter, ich... Wer hat, äh... Bramsch, die Theoriebeise wäre es gar nicht wieder bewiesen worden, wa? Der ist nicht dabei, wa? Der ist straight. Aber Zep war doch auch nicht dabei. Zep war auch nicht dabei. Aber das wussten wir ja nicht. Die Bramsch... Bramsch, du wärst aber auch nicht dabei gewesen. Stimmt, Bramsch. Du wärst auch nicht dabei gewesen, weil ich dich getötet hab. Ja gut, Bramsch stand aber oben aufm Leuchtturm und hat da... AFK nach unten geguckt und gewartet. Irgend Quatsch. Bis dahin hätte ich noch... Wäre ich ja da hingelaufen. Jaaaa! Da lief doch alles schon. Auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite spielt keine Rolle, was passiert wäre. Fakt ist, die Bramsch'sche Theorie ist zu 100% besser. Das ist doch auch keine Theorie. Deine Mutter ist die Bramsch'sche Theorie, ey. Ja, das stimmt. 100% right. Ja, aber wir hätten ja drei Verdächtige jetzt gehabt. Das hätte uns ja nichts gebracht dann. Ne, habt ihr aber nicht. Doch, Bram und Zepp... Ja, wir wussten ja nicht, dass... Also, Zepp und Bram hätten tot sein können. Und Jay war dann da. Ja, aber auch dann wär die richtig gewesen. Ja, mehr oder weniger. Das ist immer richtig. Das ist immer... Jetzt gerade wär's ja immer richtig. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Ich find die ein bisschen Quatsch. Ne, ich find die eigentlich ganz gut. Ich werd die mal im Hinterkopf behalten. Na ja. Na mal hier. Jetzt ist O-Party. Alle müssen nach oben. Geh mal da raus. Alle müssen nach oben. Du willst hier nicht in die Ecke. Jetzt gib mir doch die Schmutzlinse. Geh weg. Was hast du da? Der letzte ist es. Der letzte ist es. Der letzte ist es. Dann gehen wir nicht. So. Alter! Was ist denn die... Jetzt lass mich doch die Schmutzlinse da. Wo ist denn der Ausgang? Ich bin auf den Traitor. Wer ist denn nicht hier? Da ist Lucia. Raus! Wo ist denn der Ausgang? Der ist ja nicht der Traitor. Und ich bin auch rein. Warum färbt er dich jetzt? Wo hast du angefangen? Du hast doch gerade auf der Ende oben geballert. Ich hab da einfach auf die Scheiben geballert. Auf die Scheiben? Die man nicht kaputt schießen kann. Ja, genau. Da ist einer runtergefallen Der ist in so einem Haus hier Hier oben ist keiner mehr Das kam Brammen, glaube ich Hey, Christian ist wahrscheinlich eh nicht Bram ist tot Wenn er... Da unten liegt er Wie ist das denn passiert? Kannst du mir zugucken? Ja Weil ich auf dich zielt wäre Der Feder ist nicht da Auf der Stand hätte ich geschossen Hey, Bram ist da wieder gespawnt Was ist das denn? Du kannst da nichts ins Wasser werfen Auf der Seite, dann spawnt es wieder da Okay, ich hab aber versucht die zu entfahren Jaja, du wusstest das Ich nehm die mal mit und entferne die Ich wusste Neneeneeneeneene Alles klar, ich will aber dabei sein Ja genau, sonst ist man nicht ja Ja richtig, sonst trau ich dir nicht Oh man Da du im Blick Hab ich ausgetrickst, ich hab sie wieder Und da ist sie wieder weg Und jetzt ist sie wieder hier hin Nein, da geht... Haben sie hier gespawnt Scheiße, neuer Spawn Ja, hinter Sepp ist er gespawnt Überall Wer fehlt hier? Und wer fehlt hier, wo ich bin? Aha, ihr alle seid Ja, ihr seid ein Bruder Ich bin ein Bruder Ich bin ein Bruder Also, du warst die ganze Zeit im Haus Und was hier ist Ja, ich war es Ja, genau Achtung, wir kommen zu Angelaufen Oh, Peter, hallo Tschüss, Peter Angriff, Peter Alter, der verschwindet bei mir immer die ganze Zeit der Scheiß-Fels Alter Alter Da ist er wieder, der Fels Ich seh ihn nicht Alter, das ist mega so strange Da wird jemand sterben an dem Stein Das war der Fels Nein, ich hab auf den Stein geschossen Aua, boah Du hast doch gar keinen Schaden gekriegt, du Schwätzer So, Schluss jetzt hier mit Fels Da ist er wieder Ah, das ist Jay Das ist Jay Ist ja okay, ist ja okay Ganz ruhig Run, Junge Ja, machst du nix, wenn Jay dich einfach killt, weißt du Ich werf die ganze Zeit ne Disco Und dann werf ich dich ein Mal Ja, und dann stirbst du, oder was? Nein, reicht Einmal Stirbst du, Peter Ja, das Problem war, du hast den Disco gefunden, als er auf dem Party vorbei war War der einzige, der oben auf dem Turm noch ist, der auf dem Schwester der Disco Oh, das wusste ich nicht Oh Das wusste ich halt nicht Da ist es gab Minuspunkte für mich Scheiße Ja, 16 Minuspunkte für mich Danke, Bram Danke, Bram Tch, tch, tch Keine Schrotze Da, 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 dche Keine Schrotzeb Rhene Diegelschmiert Alter, ich bin mega krass. Aua, Jaysus! Aua, Jaysus! Hey, du Entschützende! Wer ist es? Und Christian? J-Vor. Wieso lässt du mich nicht J-Confirm? Ah, Christian spawnt neu. Wo ist denn Christian? Christian ist ja am Strand wieder. Leute, scheiße. Alter, J-Vor, was hat denn? Ja, gute Frage. Ich hab mal ne Pump Shotgun Shot auf Peter gemacht, das war halt ärgerlich, dass der nicht gestorben ist. Vor allen Dingen waren noch voll viele Leute noch. Ja, ich hab halt nur dich und, also Christian und dich gesehen. Ja, ich war da, also der hat mich nicht gesehen. Weil, ich mein, wir spawnen doch alle an der gleichen Stelle und deswegen, wenn du relativ früh anfängst, sind alle direkt wieder da. Jaaaa. Aber ich dachte, okay, zwei Trade-Horen sind auf einem Fleck gekommen. Ja, das stimmt. Ein von zwei Fails. Das ist ja auch geklappt, aber... Ein von zwei Fails. Ehm... Ne, zwei von zwei. Muss ja schon genau sein, ja? Ich muss jetzt gleich wetten. Dann hab ich auch noch schlecht geschossen. Ich mach keine Punkte. Ja, minus acht. Ja, neulich. Ja, neulich. Die Leistung hast auch keine verdient, ey. Hallo? Was soll das denn heißen? Jay, wir haben irgendwie den gleichen Weg irgendwie hier am Stille. Ja, weil ich halt die Shotgun haben wollte. Ich weiß halt, dass da auch eine ist und ich hab keine Abgeschossen. Okay, soll ich jetzt auch direkt mal am Anfang anfangen, wenn ich später werde? Boah, ich hab gerade mal quer sitzen. Wenn jetzt direkt den abgeschossen wird... Ne, hab ich keinen Bock drauf. Hab ich keinen Bock drauf, die Scheiße. Ich bin auch wieder... So, wo ist heute die Action? Wo muss ich hin? Den muss ich jetzt wegmachen? Weil Traitor bist, um die Bramsche Theorie nicht zu bestätigen? Ja. Ne Melon wurde geplantet. Ne Melon wurde geplantet. Ne Melon. Der hätte hier ne Melone geplantet. Achso, okay. Oh Gott, da ist er. Aua, ich hab ihm gegeben, aber er mir auch. Das ist blöd. Im Turm, Peter. Ja, im Turm. Ja, ist ja langweilig. Ja, wenn da ne Melon liegt, dann nehmen wir da mal nicht hin. Wie ich gar nicht hin? Jetzt ist nun die Frage, wie weit oben ist die? Da ist er! Ich hab... Achtung, ich komm von oben. Warte, 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 warte. Warte, warte. Ich bin jetzt... Warte. Oh shit! Okay, Jay ist da nicht gestorben. Okay, Peter. Da, da, er hat die... Er hat die Leiche mitgenommen. Er schleppt die nach oben. Er will ihn in sein Nest bringen. Fuck. Okay, Dalu wird wiederbelebt, glaube ich. Christian, lebt's noch? Meinst du nicht, Bram wird wiederbelebt? Es gibt Business! Shit! Nice, Peter! Der Dalu war der andere. Alter, das war mein letzter Schuss bei der Ecke. Ich hab auf die Pistole als auf die Shotgun gewechselt. Das war cool. Ja, Dalu wollte Bram wiederbeleben, aber dann haben wir Dalu daran gehindert und dabei ist Sepp gestorben und dann hab ich Dalu getötet und dann ist die Runde aber noch nicht vorbei gewesen. Und deswegen wusste ich, Dalu wird wiederbelebt. Sehr gut. Das war sehr unpraktisch, Peter. Mhm, 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 mhm. Ich hab's halt aufgegeben. So, hm, was machst du jetzt? Ja, komm, du warst jetzt. Jetzt musst du damit leben. Dalu, ey, wie bist du überhaupt von oben gekommen? Wie kann das überhaupt sein? Ich war oben, bevor er die Bombe gelegt hat. Also ich war schon von voran oben drauf gewesen. Aber du warst so schnell oben, Mensch. Du hast ja wieder gesprintet wie sonst was. Aha. War ein Trick. Oh nein, Peter wird mich so davon erschießen. Ne, ich bin ein Guder. Du wirst mich höchstens erschießen. Peter, geh hier weg, bitte. Geh weg von dem Käfig. Na, ich komm jetzt bitte jetzt rein. Peter, nein, ich hab ne Disco geworfen. Du mieses Schoko, Jürgen. Ja, ich hab gesagt, geh weg von dem Käfig. Ich hab noch eine. Wenn du... Ich hab sie schon in der Hand. Ich hab sie schon, Peter. Hier liegen noch die ganzen Länge. Okay, das ist gut. Ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Der Dalu ist heute im Rage-Mode. Barm ist ein... Sehr gut, Bram. Alter. Moment mal ganz kurz. Auf was denn? Scheiße, ich hab mir vertraut. Das war ein Fehler. Aber nur weil Peter Alda gesagt hat. Ist Bram wieder tot? Hallo, ist Bram wieder tot? Peter... Hau ab. Im Bram ist es... Aber warum hat er denn Alda gesagt? Ja, Einer war da, habe ich gesagt. Einer Alda hat... Alda. Dann kann man nicht durchschießen, Dalu. Dann komm näher ran. Okay. Hab ich gemacht. Du bist tot. Gefällt dir alles nicht. Sen, wo bist du eigentlich? Ich bin... Na? Kleiner Schwerter. Kann ich dir das irgendwie sagen, ohne dass Bram das mitbekommt? Der weiß eh, wo du bist. Du hast das T-Zeichen über deinem Kopf. Achso. Achso. Ja, dann... Wer lebt denn noch? Dalu und... Oh, ein schöner Schuss. Boah! Da war er wieder! Oder der hat... Oder der hat ein Dings. Ja, jetzt sag mir bitte, dass du noch lebst. Nope! Alter, Christian! Der war nice! Der hat ja nur noch 5 Leben. Holy shit, hat der mir richtig... einen Hatter gegeben. Ich wusste nicht, ob du noch am Leben warst, Peter. Naja, Bram hab mich gekillt. Machst du alle da oben gemacht? Richtig gut! Alter, du hast mir sogar einen Headshot gegeben, Peter... äh, Bram. Ja. Peter, äh... Peter, äh... Ja, war cool. Ja. Hat Dalu gespielt mit seiner... mit seiner Diegel, weißt du? Da hab ich mir mal gezeigt für die Schuze. Der kommt doch näher! Ja, Dalu, ey. Er sollte näher an die Scheibe kommen! Nicht um die Scheibe rum! Du meinst, ich hab nicht gesehen, dass du die scheiß Disco in der Hand hältst? Ich wollt... Wenn du... Wenn du die Shotgun hast, dann backst du halt durch die Glasscheibe. Durch die hätte ich dich erschießen können. Aber nein, du kommst ja rum, ja. Das wollte ich nicht. Oder konntest du so schnell nicht mehr reagieren, oder? Ich hatte noch geschossen, aber ich glaub ich hab mir verfehlt. Okay. Also warst du einfach... Ich muss nicht... Einfach ein Lappen weiter. Au! Da bist du ja! Na? Ja, aber wie das hat man gesündet. Nach dir mal. Oh, Jay wird sich vererfangen. Keiner von uns beiden ist jetzt, deswegen... Ja, ich hab keine gute Waffe, Peter, weil du mir meine gezockt hast. Hast du mir schon gekauft jetzt? Ja, so sieht das aus. Was war dat denn, Bram? Du hast dir gegen den Türrahmen geworfen. Ja, ich war halt am Beggen, Junge. Am Beggen warst du? Was heißt dat denn? Wo? Ja, ähm... Bilbo Baggins oder so hieß das, oder? Ja, und wat ist dat dat Verb? Wat ist dat Beggen dann? Ja, Beggen, Alter. Beggen hat mehrere Bedeutung. Entweder heißt das, du machst... Beggst mal ein geiles Brötchen zum... Zum Stückchen, weißt du? Kannst aber auch irgendwo reinbeggen, weißt du? Ja, wat heißt dat reinbeggen? Ja, kommst ja nicht mehr raus, du bist reingebuggt. Ja, so. Hä? Loll? Aber du... Sepp ist... Am Start. Ach so. Am Start. Was? Wurde gekillt. Guck mal da. Wie geil ist das denn von Jonathan? Hä? Ja, Jay, wie lange du da stehen bleibst? Das ist mega gefährlich, Junge. Ich hab das versucht zu lesen. Wo, wo, wo? Das kenn ich nicht. Das ist irgendein Totenkopf gewesen. Ich hab keine Ahnung, wodurch der gestorben ist. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du da warst? Nein. Was? Nein. Ich nicht wissen. Ich nicht wahr. Im Totenkopf. Ja. War halt auch so ein Rienkopf. Hä? Depp ist tot? Na, Totenkopf den kennen die auch nicht. Ist das Selbstmord? Ich weiß nicht. Bei Selbstmord steht ja dann dieses Fallmännchen. Weil Fallschaden halt, ne? Warte mal. Ja, aber das hat er dann nicht gehabt. Da steht das doch. Warte, da steht dran. Kannst du ja explodieren? You cannot find a specific cost of your service. Ach so, es gibt manche Traitor-Items. Es könnte zum Beispiel der Tannenbaumwerfer müsste das haben. Der Baby-Launcher müsste das haben. Also die Sachen, die durch Welt ausgeschaltet sind. Können die Traitor den mal wiederbeleben, damit man nachgucken können, damit er sagen kann, wer ihn getötet hat? Ja gut, er kann nach der Runde auch im Zweifel. Aber ich bin trotzdem... Will nicht mit dir hier sein. Warum hast du die Waffen gewechselt? Ihr habt doch Batman gesehen, oder? Hab ich doch gar nicht. Ich hab immer noch die... The Dark Knight Rises. Ne, hab ich noch nicht mit den Leuten eingeschlafen. Wir werden auf der Golden Gate Bridge doch die Leute aufgeknüpft, also aufgehangen. An der Golden Gate Bridge. Haben wir ja auch irgendwo eine bruttenähnliche Konstruktion, wo wir selbst aufhängen können. Als Warnung. Ja, aber Warnung wovor? Oh man. Weiß ich doch jetzt noch nicht, Alter. Baggings, Junge. Ich will auch... Baggings. Da, ich leg den einfach auf den Kamin. Alter. Was willst du von mir? Ist der Weiner. Du willst mich jetzt töten? Gleich. Ich funktioniert nicht. Moment. Nicht töten. Such doch jemand anderen gerade. Wenn ich gleich nicht mehr rede, hat Dalu mich gemacht. Okay, du hast aufgehört zu reden. Hat Dalu dich jetzt schon gemacht? Ja. Wenn das nach Jay-Zeiten geht, dann ja. Jay lebst und auch bang. Hier ist gerade einer gestorben. Vor meinen Augen. Mhm. Bram ist mit dem Headshot erledigt worden. Mit der Waffe, die du in der Hand hast. Ja, ich weiß, dass du das nicht warst. Ja, ich weiß, dass du das nicht warst. Du bist so... Kannst du schickern, ne? Also, ich hab dich nicht gesehen zu dem Zeitpunkt des Mordes. Fick. Ich. Aber ich bin safe, hast du ja gesagt. Aber bei dir... Müsst du die Stimmen hier? Das ist doch... Christus hat doch bestimmt, oder? Ich hab Angst. Hörst du das auch? Nein. Hier ist doch einer tot. Ne, Sepple. Hier sind es einfach die anderen beiden. Ohne Scheiße, siehst du doch die ganze Zeit irgendeinen Sound. Jetzt einfach die anderen beiden abballern. Naja, okay. Das ist jetzt überhaupt Leuchtturm. König auf Dalu. Ne, du musst dich ja auch erschießen lassen. Nein, hier und hier und Dalu. Ich kann dich aber nicht abschießen. Mit der Negev. Ich... Also... Ich hab Angst vor Christian. Ja, ich hab Angst vor dir, Peter. Oder Dalu, du machst keinen Quatsch gleich, ne? Du kannst immer so da ran. Ich mach keinen Quatsch. Sicher? Sicher? J ist einer, okay. J... Und... Ja, ich weiß ja, der andere, der noch lebt. Bist du jetzt hier unter mir? Nee, der ist im Leuchtturm. Achso. Aber schlecht. Hier ist der ein Pedal. Wurde ich nur sagen. Pedal, Pedal. Schaden. Das ist glaube ich nicht ein guter Sound gewesen, ne? Ja. Ist wahrscheinlich der, ich hab dich gemaked Sound. Alter, der hat den Defi. Ja. Ist ja sicher bei mir. Ich hab mir wenigstens einen Anhaltspunkt. Anhaltspunkt, der ist nicht so schwer. Ja, das Problem ist, wenn du mich zuerst siehst, die... Komm, jetzt hoch. Ah! Da war nur ein Schätze. Ja, so bist du tot. Das ist aber spannend. Ja. Du bist halt hart im Vorteil. Ja, du hast den Shotgun. Ich hab keine. Das ist dein Vorteil. Oder ne Diegel. Also, du willst jetzt gleich ne krassen Headshot machen, ne? Aber ich bin geduckt. Das heißt, du willst jetzt drüber aimen und dann töte ich dich. Ich fahr jetzt hoch, ja? Ist okay für mich. Ja. Das war nicht nett. Die, 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 die du machst. Warum hast du... Wo kommst du denn jetzt her von hinten? Da bin ich wieder! Wieso kommst du denn jetzt her ey? Bist du ein Fasch? Ja, ich bin runtergefahren. Die Plätze getauscht, ey. Christian, du kannst mich nicht töten, bevor ich Sepp aufknüpfe. Geht doch nicht. Du kannst dich doch gar nicht aufknüpfen, du bist doch gar kein Traitor. Ja, jawohl. Eine wunderschöne Runde gegen Andalu-Card. Ich hab's geschafft, nicht auf die Videos zu kommen. Tschüss, mir geht's gut. Bis dahin, haut rein. Tschüss, das ist schön. Bis zum nächsten Mal.